Ein Ford Ranger ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarzfarbene SUV ist 5-türig, bietet Platz für 5 Personen sowie viel Stauraum fürs Gepäck. Der SUV bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Einparkhilfe, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung, und vieles mehr. Das stufenlose Automatikgetrieben des Aira Diesels überträgt eine Leistung von 150 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 28.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.